Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Was ist das laut? Oh, es ist richtig laut Treibt's mir nicht So Bla 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 bla, Mr. James Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas draußen Der ist kein Innser-Stadtgenuss, eine kleine Runde Let's play Halo 5 Guardians Dart Schaut die Sniper Available now Sehr schön Schaut die Sniper Das kann man natürlich nachher direkt streamen Join the Spartan Company Das habe ich doch schon Und wir nehmen Kampagne Solo Evakuierung Das müsste dann Mission 6 1, 2, 3, 4, 5 Ja, Evakuierung ist Nummer Mission 6 Wir haben noch keine einzigen Schädel gefunden Nur auf und zu mal ein paar Aufnahmen Ach, Chikoschnauze Ernsthaft Die ganze Zeit hat es die Klappe Und jetzt ringt sie an zu mir und Jetzt, wo ich das so empfindlich eingestellt habe Das Mikro Gießt du mir jetzt auf die Senni-Klenner, Pupa? Genau, setzt sie auf den Kissen Und, ähm, ja Wir machen direkt dort weiter, wo wir aufgehört haben Und drücken Fortsetzen Das letzte Mal, woran ich mich erinnere, ist, dass der Master Chief, ähm, ähm, Broke Oh, nicht Broke Wie heißt der jetzt nochmal? Oh nein, mein Kater zuckt mit dem Mit dem Hinterteil Das heißt, er sprintet gleich voller Kanüle los Und wird wieder schön laut sein Die ganze Zeit lag er dort unten rum Hat nichts gemacht Aber er wird nämlich gleich, ähm, spielfreudig sein Habe ich das Gefühl Nein, er legt sich hin Okay Huch Okay, jetzt geht's sofort los Ja Okay, anscheinend Was für ein Wächter Der Chief ist dort an Bord Wir brauchen einen Flieger Die anderen Kolonien, die Käpt'n Leski erwähnte Da ist das Gleiche passiert Lock von dieser Kolonie wird bald nur noch ein Krater übrig sein Wir können den nicht einziger Fluggeräte wegnehmen Unser Pelican ist auf dem Weltraumlift Den könnten wir benutzen Die anderen Kolonien, es gibt noch mehr Wächter Ich mache mir im Augenblick nur auf ihn direkt vor uns, Sorgen, Bail Aber warum ausgerechnet der? Wieso ist der Chief nicht auf einem anderen Wächter? Ich glaube, Cortana hat ihn bewusst als Ersten aktiviert Hier spricht Governor Sloan Wer auch immer sich noch auf dem Planeten befindet Sollte sich so schnell wie möglich zum Weltraumlift begeben Wow Die letzten Shuttles werden bald starten Und sie warten nicht Governor Sloan, Shuttle Bravo 3 ist bereit zum Abheben Okay, ich kann jetzt nicht Der Wechter hat eine echt tolle Gesangsstimme Können wir den Pelican per Autopilot wieder zu uns runterkommen lassen? Medi, Medi, stehen unter Beschuss Wir sind getroffen Nicht so lange diese Schiffe hier alles vom Himmel schießen Auf den Weg Vorstoß Okay, wir sind richtig Ähm, darf jetzt wieder anfangen zu reden Und wir sind direkt hier in Mega-Action drinnen Wow, ich bin hunde-elend-müde Ich glaube, wir müssen ja aussteigen Okay Er ist noch ganz da unten Wir brauchen Zugang zum Weltraumlift Tut mir leid, Bartens Zu viele suchen deinen Schutz Sie würden abgeschnachtet werden Verstanden Osiris, sicher den Bereich, damit die Tür geöffnet werden kann Ah, hier haben wir Okay, wird Zeit ein bisschen zu ballern Wir dürfen endlich Oh, hat der Schutzeschild aktiviert Hör auf, ihn zu reparieren Du schluich Ich konnte leider nicht viel beobachten Was eigentlich schade ist Weil anscheinend ist viel passiert Ähm, paziert Wie bei uns Und das hätte ich mir gerne angeguckt Ich vermute mal, wir müssen hier rüberspringen Down Das geschmeidige Movement Did you see that move? Ja, der Kern ist auch gleich kaputt Okay Das ist natürlich geil, dass man mit Schutzesniper ist Weil Ich brauche echt Schutzesniper Damit ich genug mit der Äh, mit dem Sniper spiele Damit ich genug mit der Sniper üben kann Damit ich mal damit Ein bisschen besser werden kann Das heißt, wenn wir nachher streamen Um 18 Uhr Ähm, können wir das gleich mitnehmen Natürlich mega sweet Oh, scheiße Batterie ist fast leer Scheiße Batterie ist fast leer Ist natürlich mega doof Man hatte Boom Aber Hör doch mal auf Das tut weh Die Propaganda übertreibt ganz schön Ich werde diese Türen nicht öffnen Bis die Basis gesichert ist Wir dürfen jetzt aber bald aufhören Höflich zu sein, ja? Hör doch mal auf Dich so viel zu bewegen, du Lappen Und die Automatik Visierung Ach, fuck auf, Alter Der down, der ist down Das ist schön Muss aber nicht sagen, extra Ich liebe es eher, Taten zu sehen Als Worte zu hören Nein, das nehme ich mit So Boah, Ficken, Alter Was ist los hier? Boah, Alter Wer ballert denn da? So So Bitteschön Hab ich ihn Nachladen Nachgeladen Das endet ich down Das ist schön Kann nicht mehr Die Mission ist leer Pistole mitnehmen Nachladen Ich kann die Mission mehr mitnehmbar Down Oh Fuckin' Gauss Boah, Alter Unwitz Das ist schön, dass ihr das genießt Verhaltet uns doch Dass wir noch ein bisschen Spaß verbreiten können Schnauze jetzt Das ist ein Verbündeter Die sollten wir jetzt nicht unbedingt abballern Das nehmen wir jetzt mal mit Tötet ihn doch einfach Das ist ein fucking Drecksköter Das ist ein Kollege Auf zu debägen, du Arsch Okay Okay Fuck Ich bin down Vielen Dank Das ist schön Er ist an diese Munition verbraten Fuck auf, Alter Alter, hängt er echt an unserem Geschütz dran, oder was? Er trifft so krass gut, Alter Hör auf jetzt So, was haben wir denn noch hier? Wir haben keinen Geschütz mehr, oder was? Das nehmen wir uns doch mal mit hier Okay Perfekt Können wir da hoch? Können wir irgendwie hier hoch? Was haben wir denn hier noch? Fick dich! Okay, ein bisschen AR BR Munition Okay, geschafft Ach fuck, das ist die Neue Sniper-Variante hier Ach Leute Ja, das ist schön Entschuldigung So, Arschlecken jetzt Jetzt wird's Hässlich Was hast du zu meiner Mutter gesagt, hä? Was hast du zu meiner Mutter gesagt, hä? Ja, da wird sie noch einmal wagen, meine Mutter zu beleidigen, Alter So Wer oder was lebt jetzt noch? Ja, jedenfalls nicht mehr Woher noch? Keine Ahnung, was wir noch alles an Waffen und Munition brauchen Und dann wäre jetzt noch ein richtiger Sniper lieber Der hat nicht mehr viel Muni Aber so wie es aussieht, haben wir keine richtigen Sniper zur Verfügung Der ist weg Okay Das hat sich jetzt erledigt Scheiß DMR brauche ich nicht Jo Kann ja mal so ein Teil von so einem Röck Arsch-Tattoo Arsch-Tür öffnet sich Okay, Arsch-Tür öffnet sich Können einfach mal so ein fucking Geschütz mitnehmen Warum auch nicht Okay, machen wir es einfach, ne? Nehmen wir einfach mit Ja, kein Problem Jetzt ist schließlich Lock Ja, ist friedlich Ja Das freut mich Wann hat Cortana ihn vom Wächter erzählt? Ich Sie sind gut Sie hat mich gewarnt, das stimmt So konnte ich das Überleben meiner Leute gewähren Die Dinge werden sich verändern Für uns alle Egal ob Menschen oder Erschaffene Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters Und ich würde ein Fall davon sein Oh oh Meine Zeit ist abgelaufen Ihnen allen viel Glück Und auf Wiedersehen Sie sind zwischen uns und dem Kallikam Feuer frei Was war das denn? Machen wir der Lady etwas Platz, okay? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Das ist total ein tolles Spruch Total innovativ Entschuldigung What the fuck Was war das denn? Hört auf damit! Nein, ich habe noch einen Schuss Hört auf, habe ich gesagt Was ist cool wie die Explodieren, ey Was ist cool wie die Explodieren, ey Ich habe mich ge toutesinski's